Irgendwas mit Medien machen, das kann jeder. Um in dem Berufsfeld Erfolg zu haben, ist der richtige Studiengang wichtig. An den SRH-Hochschulen Heidelberg und Kalf lernen Studenten auf innovative Weise die Medienbranche kennen. Los geht es in der Verlag, da lernt man, wie ein Verlag aufgebaut ist. Und dann kommen zahlreiche weitere Stationen, die Redaktion, das Grafikbüro bis hin zu die Marketingabteilung und das Eventbüro. Eine Reise durch die Medienwelt in mehr als 20 kompakten Fünf-Wochen-Blöcken. Am Ende seines Studiums hat man nicht nur ein Bachelorzeugnis in der Hand, sondern immer noch zahlreiche Arbeitsproben. Praktische Tipps von Mentoren ergänzen das Studium nach einem deutschlandweit einzigartigen Lernmodell. Das Kurprinzip zeichnet sich durch eine konsequente Kompetenzorientierung aus, einen ganz starken Praxisbezug und vermittelt das, was Studierende brauchen, um dann erfolgreich in den Beruf zu starten. FIT für die Medienbranche. Der innovative Studiengang Medien- und Kommunikationsmanagement an den SRH-Hochschulen Kalf und Heidelberg startet im Oktober.